Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von StarChipTuberStore und Gemeinde. Ich bin Maxikoto. Ich habe in der letzten Mission noch einmal auf folgreichen Minen gesäubert. Jetzt machen wir weiter mit der vierten Mission der Regulierung Kampagne und der Unische Säuberung. Fühlt Spaß! Das ist eine gefährliche Arbeit, aber nichts die Mobil-Infantriee kann. Unsere brave Troopern werden und verabschieden den Krieg entdecken, wo sie entdecken. So, tell me about this death trap, you sent us into. Any word from the advanced squads? We don't know the situation underground. It's safe to assume that bugs still control the mine tunnels. Roger that. Alright Troopers, let's go on a bug hunt. I want every answer these mines clear. Interessant, wir spielen jetzt also unter Tage im Minesichern. Taktischer, offizier, offizier damit. Nice to meet you. These doors are locked. They must have been trying to stop the bugs. You need to get to the control room to get them open. Yeah, ganz toll. That's but really well done. The door is closed. Jetzt müssen wir erstmal erkunden, wie der Gang hier ist. Ist auch nicht schlecht. Oha. Geht's hier weiter? Ne. Das müssen wir hier weiter gehen. Steuere zentrale sichern. Das gab's schon in Terrain, Asken Dorsi so. Unterirdische Missionen. Was ist denn das? Na ja. Gehen wir aber nicht immer vom schlimmsten aus. Okay, wir müssen nicht hier lang. Okay, wir müssen nicht hier lang. So, jetzt haben wir den hinteren Bereich gesichert. We have to take out that nest before continuing. Ein Drohlenbug. Da ist doch ein Fingerarm. Okay. Brotnest. Ach, die sind ja gleich fort. Mine sichern. Start. Zentrale sichern. Oh. Haben ein paar Jungtiere erledigt. Das tut mir jetzt aber leid. Gut. So, wie weiter mache ich zu links? Ene mene minimo. Gehen wir mal hier lang. Da waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Da müssen wir jetzt hier lang. Ach. auch ihr kleinen kriecher ich bin schon mal gespannt wenn es hier wirklich die ersten mods geben wird da kommt irgendwas das war's schon so so Was ist das? Sind Sie fattet? Definitiv fattet. Soooo. Mal gucken, wo geht es denn hier landen? Tja, die Frage ist nur was. Ach nö, danke. Veja. Ha 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 ha. Looks like it's wounded. We could take this thing down with grenades. na ganz toll blödes vieh das war es schon wir waren ja auf der seite das war das munitionslager robot und jetzt mal gucken dass wir hier die mine ob wir das säubern können sehr gut A unit has been benötig, Sir. Ich hoffe, das war es jetzt mal. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Zu den Überlebenden gelangen. So. Jetzt bin ich schon gespannt. Also ich finde diese Mission ist auch sehr gut gemacht. Okay. All right, roger that. You're new guys, lock and load, we're gonna kill some bugs Ach nö Das war's für heute. Was ist das? Jawoll! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?